Musik Eine der wichtigsten Steuerarten neben der Mehrwertsteuer ist sicherlich die Einkommensteuer. Sehen wir uns deshalb einmal an, welche Einkunftsarten es denn gibt, die da zu besteuern sind. Wir kennen sieben Einkunftsarten. Als erstes die Einkünfte aus nicht-selbstständiger Tätigkeit. Das sind Lohn und Gehalt aller Angestellten. Dann haben wir als nächstes das Pendant, die Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Mit Selbstständigen sind in diesem Fall Freiberufler gemeint. Freiberufler sind Ärzte, Apotheker, Steuerberater, Rechtsanwälte, Berater jeglicher Form. Als nächstes kennen wir die Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Gewerbetreibenden, das sind Händler und Handwerker. Dann haben wir die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Also wer ein Haus oder eine Wohnung vermietet und daraus einen Mietzins erwirtschaftet, der hat Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Dann kennen wir noch die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Also wer Geld besitzt und dieses Geld für sich arbeiten lässt, erwirtschaftet damit Zinsen. Das sind seine Einkünfte. Und dann haben wir da noch die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Der Begriff ist selbsterklärend. Schließlich noch die siebte Position, sonstige Einkünfte. Das ist, wenn jemand regelmäßig irgendwelche Bezüge bekommt. Am besten kann man sich das vorstellen, indem man an die Rente denkt. Also fassen wir noch mal kurz zusammen. Einkünfte aus nicht-selbstständiger Tätigkeit. Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Einkünfte aus Kapitalvermögen. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Und sonstige Einkünfte. Einkünfte aus Land- und Verpachtung.